Wir holen uns jetzt erstmal die Mission ab hier und dann geht's den Gastraum. Unser täglich Brot, Madenfarmbauprojekt und Pink-Eis-Festung. Ah, okay. Sehr gut. Goody, Goody, Goody! Markiere den ersten Punkt mit einem Leuchtsignal. Wenn ich wüsste, wo. Alles klar. In den Dunes. Joa, naja. So. Auf nach Gastown. Mit etwas Glück dauert das nicht ganz so lange, weil die Zeit ist gerade ein bisschen knapp. Wirklich, wirklich. 20 Minuten. Ich bin einfach so neugierig. Feiglinge. Ne, einer ist hinter uns. Ne, haut ab. Naja, gut. Dann fahren wir mal weiter. Ich bin mal gespannt, ob wir da im Guten hinkommen. Sieht so ein bisschen aus wie auf dem Mars. So rötlich. Das dürfte eigentlich ne Abfahrt. Ne, hier ist es ja Australien. Das ist ne Abfahrt auf dem Freeway. Nö, wo? Hier. Das Ding nehmen wir aber mit. Kann ja nicht schaden. Wie kriegt man das denn im Guten zerstört? Das habe ich bis heute nicht kapiert. Das explodiert von allein? Okay. Warum nicht? Wie er sich immer freut. Der Chum. Wie habe ich ihn anfangs immer genannt? Scum Bucket, glaube ich. Oh Gott, der Arme. Ich meine, das passt auch, aber... Ja, naja. Es ist der gute Chum Bucket. Hoppala. Sniper. Da holen wir uns Munition zurück. Hat er? Hat er? Er hat. Er hat. Oh, da ist direkt eine... Habe ich überhaupt nicht gesehen. Die Vogelscheuche daneben. Das bisschen Schrott interessiert mich gerade nicht. Was soll's. Wir haben es bei der Festung ja auch liegen lassen. Hmm. Außerdem haben wir zur Zeit so viel Schrott. Das ist schon nicht mal normal. Ich möchte jetzt hier erstmal gucken, wie es weitergeht. Freias Hoheitsgebiet. Sind wir? War noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Jetzt müssen wir... Ja, sind da. Das ist ein Suchgebiet. Da war ein Gegner. Klar war ein Suchgebiet. Oh! So, sie kommen näher. What? Alter, was ist denn hier los? So. Falsche Richtung. Oh, schöne Autos haben die. Aus, raus, raus. Mann, ich wollte doch nur schnell sammeln. Hau bloß ab. Drecksäcke. Mann, ich bin doch noch ausgerutscht. Ausgewichen. Weg gesprungen. Ach, nett. Hallo. So, komm her. Ich hab doch keine Zeit dafür. Wo ist... Äh, wo... Wo ist... Ach, da. Ja. Orientierung ist alles. So, weiter geht's. So. Sieht aber auch aus, ne? Das ist das, was man immer im Hintergrund gesehen hat. So ganz weit weg. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr schießt nicht. Nein, nein, nein. Hört auf damit. Moment. Eieiei, da musst du dich doch glatt niesen. Lass mich in Ruhe hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Okay. Skrotos guest home. Okay. Aha. Always someone's prize. Thankfully, people tend to their prizes. Niemusion. Hey, Dune Drifter. Ich habe etwas zu erzählen. Ich und mein Kind, auf der Weg zu unserem neuen Master. Unsere Rigg wurde von Buzzards geflogen. Aber wir flog. Was willst du? Es gibt Dinge im Rigg. Ein Schmuck für jemanden wie du. Warum sag ich das? Ich werde nichts für dich. Ich habe eine Gefühle, du kannst. Der Rigg noch sitzt in den Tunnels. Geh da und sehen. Und ich habe nur gewohnt, nicht zu sein. Schaltet die Sniper-Gewehr-Verbesserung maximales Magazin frei. Sehr schön. Was ist das? Das ist wahrscheinlich das Zeichen für Gastron, ne? Ja. So. Hauptmission. Ja. Hey, Arschloch. Fresh meat für die Grinder. Straight von den Unforgiving Wast. Ich will die Räsen. Oh See that's late you put your mark on it that I'll put you in the murder dome You want you work the blood and gut circuit for a couple of years survive it make champion Then maybe I can start grooming you for a shot in the races No time to burn I need to join the races now Okay, maybe we can find a spot for a man of your temper Yeah, in return for a favor a very dangerous Possibly suicidal favor I See these these are light but they bang oh when they fade I fade with them, but The man a very desperate man would have fetch me some new ones You follow me wastelander You want new balls? I want new ladies Yeah, I want a lot of them. I asked them all the gang The gangbaggers, the torpedoes, the noosmen, but no one would help me You know why? Because they don't have the stones for buzzer country Tell me exactly where they are You follow this and you'll get to the underdune Ah huh... ...the mountains with the overdune Ah ... ... Zuerst will er einen Ereignis. Hallo? Ne, können wir nicht hinreisen? Müssen wir erst hinfahren, klar. Schön, schön, schön! Gut, ich markiere es da unten schon mal. So. So. Hochheilen. Dann, hier können wir... ...hoffentlich per Schnellreise hin. Weil dann würde ich mich gern hier... ...komplett nochmal... ...auffüllen. Mit Munition und... ...Wasser und Co. Gut. Und dann geht's zurück, hoffe ich. Yes. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, das war's dann... ...eine sehr kurze Aufnahmesession, das gebe ich zu. Aber ich wollte... ...nachdem ich das jetzt alles gesammelt habe und dieses und jenes... ...habe ich gedacht so, oh, jetzt kommen diese vier Griffa-Zeichen. Weil ich dachte, da wäre irgendwie vielleicht noch ein... ...ne Zwischensequenz dann danach oder irgendwas. Leider nicht. Und dann wollte ich unbedingt mal hierher. Ja. Bei Pinkei wollte ich diese Ödblatt-Missionen machen und... ...ähm... ...das will einfach mal mit Missionen weiterkommen. Weil das waren auch... ...viele, viele Stunden, die ich da jetzt reingesteckt habe mit... ...mit dem ganzen Sammeln und Lager und boah... ...wobei das eine Lager, das war echt cool. Das war so ein Arena-Kampf und das alles. Das war... ...war ganz nett. Wo wir die... ...Farbe, die wir jetzt haben, herhaben. Das war... ...das war echt cool. Aber ansonsten... ...ja. Naja. Okay, hier bei... ...hier in Guest Town kann man ansonsten nichts machen. Naja. Soll mich nicht stören. Soll mich grad wirklich... ...wirklich alles andere als stören. Hier gibt's aber auch dann tatsächlich nichts, ne? Wasser oder so. Nichts. Kommen wir hier hin? Unterwelt. Die Unterwelt, oh. Man, ich hab doch keine Zeit. Ich hätte schon vor einer Viertelstunde aufhören müssen. Stündchen hatte ich eigentlich. Ja, jetzt sind's fast anderthalb Stunden. Gibt's hier in der Unterwelt irgendwas? Jetzt vielleicht noch nicht. Aber irgendwann vielleicht, hm? Gucken wir hier durch? Ne. Ist da irgendwas? Hm. Egal. Ist doch ganz nett hier. Ich verabschiede mich jetzt einfach hier von euch. Licht aus. Machen Knicks. So ist recht, Max. So ist recht. Ähm. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder. Hören uns besser gesagt. Und dann, äh, ja, geht's hier mit den Missionen weiter. Ich werd bei Pinker jetzt auch nichts sammeln. Keine Lager machen nichts. Äh, da werden wir zusammen einfach erstmal starten. Dann komplett auch das hier. Wir machen erstmal die Hauptmission weiter. Dass wir vielleicht den, äh, V8 kriegen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Bis dahin. Und, äh, tschau tschau. Tschau tschau. Untertitelung des ZDF, 2020